Die Vermöhrer Festung Die Vorkanonen konnte die Festung gegen Feinde im Umkreis von 13 Kilometer operieren. Über 1800 Schüsse wurden von der Festung aus abgefeuert. Die Festung ist so gebaut, dass sie eine Atombombe mit den Ausmaßen der Hiroshima-Bombe standhalten würde. Es gab eine 70 Mann starke Besatzung, während Versorgung für 30 Tage im Voraus gesichert war. Über 400 Meter Tunnelsystem verbindet die verschiedensten Teile innerhalb der Festung. Die Festung ist seit 2003 ein Museum, das die Küstenverteidigung in Schweden während des Kalten Krieges zeigt. Verschiedenste Wanderwege führen durch die Naturlandschaft mit der unterirdischen Festung. Das Museum wird vom Verein für mehr Festung betrieben. Das Museum wird vom Verein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020